Eine Islamisierung findet nicht statt. Oder passt ihr alle immer nur nicht ganz genau auf? Mit einem rechtgeleiteten Kadifat! Mit einem Kadifat! Die Karten neu gemischt werden! Allahu Akbar! Und der schlafende Riese wieder erwacht! Allahu Akbar! Werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben! Allahu Akbar! Zur Rechtswirtschaft gezogen! Happy! Happy! Leilaha illallah! Leilaha illallah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Happy Ramadan heißt es dieses Jahr erstmals quasi ganz offiziell in der Frankfurter Innenstadt. Happy Ramadan und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Eine Islamisierung findet nicht statt, würde auch nie jemand behaupten. Selbst der Verfassungsschutz redet nur von einer angeblichen Islamisierung. Wir feiern Happy Ramadan und eine Islamisierung findet nicht statt. hat vielfach das Thema schon angesprochen, schon diskutiert und man muss es hier einfach mal so drastisch zusammenschneiden wie hier in den vorangegangenen Szenen. Das sind alles Aufnahmen der letzten acht Wochen aus Deutschland. Nichts aus dem Ausland, nichts hinzugedichtet, nichts erfunden. Doch die Politiker, sie verstehen glaube ich nicht, mit welcher Gefahr sie hier spielen. Vor allem er hier versteht es nicht. Das ist die Einführung des Kalifats. Das ist eine denkbare Staatsform. Ja, Herr Haldenwang, Kalifat ist eine denkbare Staatsform. In ihrem Sozialistenhirn vielleicht. Und das CDU bei dem C, da denke ich immer nur an den Halbmond bei Herrn Haldenwang. Aber die Leute, sie verstehen es nicht. Und schaut mal hier unsere türkischen Fußballfans, wie sie das Ganze sehen, in Frankfurt. Und so kommt es überall in Deutschland zu diesen Szenen. Es beten Muslime in der Öffentlichkeit und zwar zu Hunderten oder zu Tausenden und sie belästigen damit andere. Sie belästigen dich, sie belästigen mich. Nach den Lärmschutzgesetzen ist es allerdings wohl keine erhebliche Belästigung, die von einem Gebetsruf ausgeht. So müssen wir auch das Minarett dulden. Allerdings habt ihr an den vorangegangenen Szenen gesehen, dass die Muslime sich durchaus bewusst sind, wenn der schlafende Riese erwacht. Wenn sie also genug sind und losschlagen wollen, dann müssen sich alle in Acht geben, die vorher Muslime kritisiert haben. Das sagen sie ja wirklich. Dann müssen sich auch alle entschuldigen, die was gegen den Propheten gesagt haben. Und dann stellt sich der oberste Verfassungsschützer in diesem Lande hin und sagt auch noch eiskalt, dass das Kalifat eine denkbare Staatsform wäre, wie Kommunismus und Sozialismus. Alle drei sind undenkbar aktuell in unserem Land und vor allem wird jetzt Herr Haldenwang von den Islamisten gefeiert. Generation Islam hat folgendes getwittert. Herr Haldenwang ist jetzt der dickste Freund von Generation Islam, derjenigen Islamvereinigung, die letzte Woche in Hannover ihre Kalifatsdemo abgehalten haben. Die Demo wurde erst verboten, von einem Richter dann wieder erlaubt. Dann wurde von der Polizei der Kalifatsaufruf als Auflage zur Demo verboten. Ihr seht ein Ping-Pong-Spiel, ein Rumgeeiere und Generation Islam fordert jetzt hier ganz offen das Kalifat als die Lösung. Und da muss man immer wieder betonen, Aussagen, die gegen die Völkerverständigung sind, sind strafbar und zwar strafbar in diesem Land. Das heißt, jeder, der hier aufruft zu einem Kalifat im Nahost, was dort die Abschaffung von vorhandenen Staaten bedeutet, der agiert gegen die Verständigung der Völker. Ich frage mich, woher die ganzen Juristen sind, die sowas endlich mal zur Anzeige bringen. Nichts passiert, aber sie müssen warten, bis der schlafende Riese erwacht ist und dann können die Kuffare, die Ungläubigen, du und ich also, sehen, wo wir bleiben. Und das Problem ist, die gemäßigten Muslime, sie schauen hier zu, sie haben keine Handhabe, aber es gibt ja auch keine Islam-Demo gegen Islamisten. Würde ich sehr begrüßen, dass es sowas mal gibt. Es war letztens eine Sendung bei Markus Lanz, wo alle Vertreter von Islamverbänden abgesagt haben und nur andere Personen quasi zugesagt haben. Ein Jurist, ein Islam-Jurist, also ein Muslim, der Jurist ist. Ahmad Mansur war da und die Schreibähle war da. Wie heißt sie denn? Diese Rundfunk-Rätin, ihr wisst, wen ich meine. Die Frau Hübsch, genau. Und keiner will hier öffentlich die Debatte führen. Ich weiß, viele Muslime sind gemäßigt, akzeptieren hier die Regeln und wissen ganz genau, dass das Grundgesetz über der Scharia steht, doch sie sind eine schweigende Masse. Und genau das ist das Problem. Wir werden hier links und rechts quasi überholt von den ganzen Extremisten und vor allem von den islamistischen Extremisten. Sie wollen hier das ganze Gebilde abschaffen und durch ein Kalifat ersetzen. Ja, jetzt fordern sie erst das Kalifat im Nahost. Und wenn es dort umgesetzt ist, dann fordert man es hier, so wie damals das Kalifat, aus dem die Türkei hervorgegangen ist. Das ist ja gerade mal circa 100 Jahre her. Die Politiker, sie schlafen hier, sie reden weiter davon, nur einige Tausend in ihre Heimatländer abzuschieben. Die Aufnahme irregulärer Migranten, sie soll gesteuert werden und es soll reguläre Migration draus werden. Dass hier überwiegend Muslime kommen, die teilweise aus fundamentalistisch geprägten muslimischen Ländern kommen, spielt keine Rolle. Es spielt einfach absolut keine Rolle. Jeden Tag Messerstechereien, Morde, Gruppenvergewaltigung, alles inzwischen an der Tagesordnung. Schießereien kommen jetzt auch immer öfter hinzu. Die Clans entdecken jetzt das Feld des Waffenhandels für sich und so bleibt dem Staat nichts anderes übrig, als sich da durchzusetzen, wo noch Respekt herrscht. Bei dir und mir, bei Deutschen oder bei schon länger hier Lebenden, das sind auch viele Nicht-Deutsche, die schon früher zu uns gewandert sind, die genauso sauer sind und genauso wollen, dass dieses Dreckspack dieses Land verlässt. Das ist das häufigste Kommentar unter allen meinen Videos. Dreckspack, raus aus diesem Land. Und damit hat man sie eigentlich ziemlich gut beschrieben. Völlig egal, ob aus Syrien, aus Afghanistan oder doch nur irgendwo vom Balkan. Wenn du hier bist mit einer Aufenthaltsgenehmigung, also nicht mit einem Schengen, also nicht mit einem Aufenthaltsstatus durch nachbarschaftsstaatliche Länder der EU, also wenn du kein Pole bist, kein Franzose bist und laut EU hier sein darfst, sondern jemand, der hier eine Aufenthaltsgenehmigung hat, eine Chance, bei der zweiten Chance strafrechtlich in Erscheinung getreten, go, there's the door, go away. Da ist die Tür, raus mit dir, never ever. Kommt zurück, auch diese Wiedereinreisesperren. Fünf Jahre macht sie. Wieso fünf Jahre? Wieso gibt es keine lebenslangen Wiedereinreisesperren für Leute, von denen wir zum Beispiel wissen, dass sie terroristische Gefährder sind? Die kriegen auch nur fünf Jahre. Allerdings wissen sie auf der einen Seite nicht, wie viele schwere Straftäter und Gefährder sie haben, auf der anderen Seite haben sie Zahlen, wie viele sie ausweisen wollen und sie haben nicht verstanden, dass dieses Land zu viel Muslime bekommen hat in der Vergangenheit. Die Integration, sie findet nicht statt, nicht unbedingt, weil wir nicht genügend Kapazitäten haben, sondern weil viele kommen, die integrationsunwillig sind und das müsste man von ihnen abfordern. Wer hierher kommt, an der Grenze, in ein Lager, entscheiden über den Asylbescheid. Wenn der Asylbescheid positiv, sechs Monate Sprachkurs, am besten direkt im Grenzlager und dann direkt an eine Arbeitsstelle und wenn man die Arbeitsstelle nicht hält, dann geht es wieder nach Hause. Wenn wir Leute aufnehmen, dann müssen wir sie in die Lage versetzen, hier Teil der Gesellschaft zu werden. Das heißt, wir müssen sie zwingen, die Sprache zu lernen. Ob sie das wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Wir geben die Regeln vor, wir sind Gastgeber und wir zwingen sie danach zum Arbeiten. Zu normalen Konditionen, kein Abzockerlohn, aber wir brauchen Arbeitskräfte und wir brauchen Fachkräfte. Vielleicht kommen ja nur Analphabeten, dann haben wir schon das nächste Problem. In Österreich hat man das wissenschaftlich untersucht. Zwei Drittel derer, die kommen, sollen weder lesen noch schreiben können. In Deutschland macht man keine statistischen Erhebungen. Der Bundesregierung liegen hier keine Erkenntnisse vor. Wenn wir die Leute allerdings an der Grenze festhalten und sagen, du hast hier Deutsch zu lernen, du hast sechs Monate Zeit, sonst geht es nicht weiter. Oh, dann kommen erstens weniger und die, die kommen, die geben sich dann auch Mühe. Und die könnten wir dann auch in den Arbeitsmarkt integrieren. Denn wir brauchen wirklich Zuwanderer, die hier arbeiten, wenn alles so weitergehen soll. Nur brauchen wir nicht solches Pack, solches Dreckspack, was dieses Land wieder verlassen soll. Die Politik, sie hat das allerdings nicht verstanden. Sie kommen immer wieder mit irgendwelchen hanebüchenen Geschichten. Und am Ende passiert sowieso nichts. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere auf meinen Telegram-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit bis bald. Du gibber hast Schropp, wie le Momente für Zeigungsse 16. demande in der Tasche 5.